Hallo und willkommen zu einer neuen Star Wars, Lego Star Wars Folge des Skywalker Saga. Ich wollte ja das letzte Mal hier an dieser Stelle weitermachen mit meiner Hauptmission, Royale Rettung. Aber ich habe ja noch meine Nebenmission aktiv und zwar... Halt, da wollte ich nicht hinein. Ziel links oben ausgesperrt steht da. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich die nicht abschließen kann, weil ich da einen Droiden benötige. Aber ich denke mal, dass das mit einem Übersetzungsdroiden sehr wohl geht. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal hin und versuche die abzuschließen. Ich denke mal, dass dort an dem Ort, wo ich jetzt hin muss... Halt, wo muss ich hin? Da. Dass dort so ein Protokolldroide oder irgendwas steht und dass ich die dann doch abschließen kann in der Mission. Mal schauen. So, erstmal muss ich da hinlaufen. Genau, hier. Die ist ja noch aktiv, oder? Hier reden. So, Schlosser hat das Ding installiert und ich brauche ein Passwort dazu. Und das finde ich in dem Bezirk irgendwo. So. Und ich schaue jetzt mal auf meiner Karte, wo dieser Bezirk sein soll. Kuhkarte anzeigen. Und zwar... Muss das hier sein? So. Ich denke mal, dass es hier ist. Da, wo es jetzt leuchtet. Ja. Kann ich da eigentlich eine Markierung setzen? Nö. Kann ich nicht. Ah, ich kann da aber zoomen. Cool. So. Was ist eigentlich da rechts oben? Was ist das hier innen? Okay. Und hier ist was? Feind. Ja, cool. Da ist ein Feind. Ähm. Ja, ich gehe da mal hin. So. Dummerweise wird mir das auf der Karte nicht angezeigt. Egal. Ich gehe da trotzdem hin. Mach die erstmal hier platt. So. Null Kombo. Toll. Kombos geben übrigens irgendwie mehr Steinchen. Habe ich vorhin in der Info gelesen. Oh, cool. Was ist hier? Da muss ich wahrscheinlich klettern. Ah. Da brauche ich einen anderen Charakter. Da muss ich irgendwas bauen. Das heißt, da kann ich auch noch nicht weitermachen. So. Der bringt mich. Dieser Pfeil bringt mich ja, glaube ich, wieder zurück. Ja. Dahin. Ähm. So. Lass mich kurz mal suchen. Hier gab es irgendwo Kisten. die nur Qui-Gong öffnen konnte. Und ich meine, das war hier. Wenn ich mich recht entsinnen kann. Cool. Hier gibt es auch irgendwas. Da brauche ich einen anderen Charakter. Ähm. Ja, dann tausche ich den mal. Und zwar gegen den hier. Jetzt hat es funktioniert. Ist ein bisschen komisch, das mit der Steuerung. Also. Granate werfen. Okay. Dann werfe ich da mal eine Granate. So. So. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Wahrscheinlich nur ein Steinchen? Nö. Ich habe gar nichts bekommen. Na toll. Jetzt habe ich die Statue zerstört und habe nicht mal was dafür bekommen. Ähm. Aber irgendwie ist dieser Charakter auch ganz cool. Der hat wenigstens einen Blaster. So. Da ist nochmal eine. Zwei von sechs. Das heißt. Ich brauche noch vier Stück. Die muss ich erst mal finden. Ähm. Ich habe die Mission nicht mal aktiv. Oh cool. Da werfe ich jetzt auch mal eine Granate hin. Oh. Das war zu weit. Warum wirft er so weit? Ich ziehe doch ganz weit nach unten. Komisch. Die halten zwei Granaten aus. Cool. Oder auch nicht cool. Ich weiß nicht so recht. Ähm. Ja. Diese Silberstatuen. Die werden wohl hier in der Gegend irgendwo verstreut sein. Schätze ich mal. Deswegen suche ich danach jetzt mal. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich schon. Hier kann ich sogar mit jemandem reden. Was gibt es hier? Hier kann ich irgendwas wahrscheinlich bauen. Aber jetzt halt noch nicht. Kann ich den abballern? Nö. Kann ich eigentlich die Vögel abballern? Das wäre nämlich echt cool. Aber ich glaube eher nicht. Wow. Die sind ganz schön schnell. Nö. Kann ich knicken. Aber schön wäre es gewesen. Was gibt es hier? Ja. Auch eine Mission. Die haben mir wegen des ganzen Krams vor dem Haus die Ohren vollgejammert. Also habe ich einfach alles reingeschoben. Der ganze Schrott musste ordentlich gequetscht werden. Ich musste die Tür so doll zuschlagen, dass dabei das Schloss kaputt ging. Wenn ihr irgendwie hineinkommt, könntet ihr es vielleicht von dort aus öffnen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich breche in letzter Zeit eher selten in mein eigenes Haus ein, um es von innen zu öffnen. Also ich muss in das Haus kommen. Irgendwie. Und die Tür öffnen. So geht es schon mal nicht. Und mit einer Granate geht es mit Sicherheit auch nicht. Okay. Wie komme ich in... Ah. Ich weiß wie. Oh. Ich brauche einen Charakter mit einem Haken. So wie es aussieht. Weil da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Oder... Ich muss irgendetwas finden, dass... ich dort stapeln kann. Oder vielleicht von hier. Warte. Warte, warte, warte. Ja. Geht sehr wohl. Geht sehr wohl. Und hoch mit dir. Sehr schön. Muss ich das hier kaputt machen? Und... Dann kann ich ins Gebäude. Da, da. Wow. Hier gibt es jetzt ganz schön viel Krempel zum Zerstören. Ich vermute mal... ... auch ganz viel Steinchen zum Sammeln. Ich zerschieße das einfach mal jetzt hier alles. So. Ich werfe da am besten eine Granate hin. Junge, Junge. Die hat aber echt viel gesammelt. So ein kleiner Messi. Die Frau. So. Boah. Das hat sich gelohnt hier. Noch das hier zerstören. Und dann kann ich das Schloss öffnen. Die Steinchen könnten ruhig aus einer größeren Entfernung gesammelt werden. Aber das ist so ein Level Upgrade, äh, Upgrade meine ich. E drücken. So. Sehr schön. Jetzt mache ich das noch kaputt hier. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Außer... ...Krempe, den ich zerstören kann? Glaub eher nicht. Na gut. Ja, Mission erledigt. Aber das mache ich noch platt. So. Da steht noch was. Ja, das hat sich gelohnt. Und raus da. Äh, bauen. Was kann ich bauen? Okay. Was soll denn das da stellen? Ah, das muss ich mit Qui-Gong machen. So. Anheben. Anheben. Wo muss das hin? Äh, wo muss das hin? Ich habe keine Ahnung. Wart mal. Ich muss mir die Karte erstmal angucken. Wo muss das hin? Hm. Doch nicht etwa hier zu der Statue? Kann das sein? Dass ich das in seine Hand platzieren muss? Was muss ich damit machen? Ich weiß es nicht. Äh. Vielleicht rede ich nochmal mit ihr. Ihr habt es von innen geöffnet. Ein waschechter Halunke. Hm. Königli Hoppalast. Okay, ja schön. Ihr habt es von innen geöffnet. Dankeschön für deine Hilfe. Hm. Ah. Hier leuchtet was. Da muss das hin. Wunderbar. Hat funktioniert. Ähm. Bekomme ich da irgendwas dafür? Na toll. Ich habe mir solche Mühe gegeben und ich bekomme nicht mal was dafür. Hier steht auch noch jemand. Da rede ich mal. Au. Blaue Steinchen. Gut. Die Statuen sind kaputt und ich weiß nicht, wo ich mit der Reparatur beginnen soll. Könnt ihr helfen? Ja. Die Statuen sind kaputt und ich weiß... Wenn Suche unter der Minikette angezeigt wird, muss ein aktuelles Ziel ganz in der Nähe sein. Ja, toll. Ja, toll. Ich habe sie schon repariert. Hm. Irgendwas muss ich für diese Statuen finden. Aber was? Au. Was ist das hier? Da. Das muss ich aufbauen. So, ich mache erstmal diese Kästen hier kaputt. So, bauen. Hallo? Bau sie mal auf, bitte. Wunderbar. Und jetzt anheben. Wo muss das hin? Ah, hier. So. Das ist erledigt. Und mir fehlt noch... Was fehlt mir noch? Auf jeden Fall noch eine. Die ist fertig. Oh, die fehlt noch. Also, dann mache ich mich auf die Suche. Nach dem Rest. Die müssen hier auch irgendwo in der Nähe sein. Ja. So wird es wohl sein. Also gehe ich da mal hinein. So, was gibt es hier? Hm. Reden? Nee, anheben. Was kann ich hier machen? Ja, dann hebe ich das mal an. Wow. Ich kann die ganze Säule hier anheben. Ah, warte mal, warte mal. Muss ich wahrscheinlich hier hin? Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr nützlich sein. So. Aber ich habe nicht so den Plan, was ich hier jetzt mit diesen Dingen anstellen soll. Wahrscheinlich... Muss ich die so positionieren, dass ich da hoch kann. Ja. Aber das geht nicht mit einem. Da brauche ich wahrscheinlich alle. Also, ich muss da hoch. Und ich muss da hoch. So. Sollte passen. Ja. Hoffe ich doch zumindest. Ich mache mal einen Versuch. Ähm. So, zuerst muss ich da rüber. Oh, das schaffe ich so nicht. Warte mal. Vielleicht komme ich sogar da hoch. Ja. Okay. Also, da hoch. Dann rüber. Oder auch nicht. Nochmal. Da hoch. Mensch. Das Springen ist ein bisschen schwierig. So. Okay. Und. Passt. Sehr schön. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt muss ich diese vier Schalter aktivieren. Ja, ja. Oh, wenn er einfach nur normal springen würde. Das wäre echt schön. Ja. Ja. So, da hoch. Boah. Wie soll ich das in 30 Sekunden schaffen? Das dauert nur einen Moment. Puh. Könnte knifflig werden. Hm. Was mache ich zuerst? Okay, auf ein neues. Und Nummer zwei. Und schnell rüber. Rüber, rüber, rüber. Komm schon. Und. Ja, roll. Passt. 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 Wird knapp. Komm schon. Ja. Endlich. Vier von vier. Ja, Mann. Das war eine echte Geburt, hey. So. Ähm. Die Tür ist offen. Und ich kann da reingehen und mir meinen Küberstein hier holen. Yay. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Frisch gebohnt heißt die Mission. Dankeschön. Ah, was gibt's hier Tolles? Ich kann das nur kaputt machen. So. Das gibt eigentlich nur ordentlich Kohle. Mit dem Kollegen kann ich auch noch reden, aber ich mache hier erstmal alles platt. So. 191.000 habe ich mittlerweile. So, die Schränke halten ganz schön was aus. Okay. Kann ich mit dem eigentlich auch reden? Aber mit dem kann ich mit sich... Mit ihr, meine ich. Kann ich mit Sicherheit reden? Nö, kann ich nicht. Sie steht einfach nur da und guckt ins... Aus dem Fenster. Wo ist es hin? Ich sollte es bewachen. Das wird bei meinem nächsten Gehaltsgespräch nicht gut ankommen. Was denn? Palast von Tid. Hm. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas freigeschaltet. Oh, kann ich hier hinein? Nö. Ich muss immer noch meine Statue aufbauen. Das hat mir jetzt nicht weiter geholfen. Warte mal. Vielleicht hier unten. Oh. Ein blauer Stein. Und ein goldener. Kann ich die kaputt machen? Nein. Warum hat die Angst? Was geht mit dir ab? Egal. Ich lasse sie in Ruhe. Okay. Eine Statue muss ich immer noch finden. Oder auch nicht. Warte mal. Ich war doch vorhin... Genau. Diese gelben Steinchen. Die führen mich doch irgendwo hin. Ja, dahin. Aber da brauche ich einen Kopfgeldjäger dazu. Das habe ich noch nicht. Vielleicht brauche ich die Mission. Äh, Kopfgeldjäger für die Mission. Genau. Wahrscheinlich kann ich die gar nicht ohne einen Kopfgeldjäger abschließen. Weil das nämlich der Kopf ist, der hier fehlt. Das ist genau das, was ich brauche. Ja. Ach, Mist. Ich brauche einen Kopfgeldjäger. Und ich habe noch keinen. Ja, dann muss ich da später wieder hinkommen. Was soll's? Oh, was ist das hier? Halt, ich wollte dich nicht bewegen. Was ist das hier? Kann ich das kaputt machen? Nö. Ich kann hier aber auch nichts aktivieren oder so. Äh, Stecker und Buchsen. Buchsen können nur mit dem richtigen Einsteckobjekt aktiviert werden. Wenn du eins dieser beiden Dinge entdeckst, sie auf der Karte... Hm. Ich habe weder einen Stecker noch eine Buchse. Anheben. Ah. Hier. Habe ich da schon eins gefunden. Uah. Jetzt muss ich das nur noch hin manövrieren. So. Eins ist schon mal drin. Und... Das sind diese violetten Pfeile auf der Karte. Das muss hier irgendwo sein. Cool. Da kann ich hochklettern. Aber das mache ich nicht jetzt. Hier muss... Ah, da muss ich wahrscheinlich hoch. Da ist das andere Ding. Das muss ich hier irgendwo sein. Nö. Von wegen. Das muss unten sein. Aber hier oben gibt es ja auch irgendwas. Mit Sicherheit. Sonst würde mich das hier nicht da hoch bringen, oder? Weiß nicht. Also hier gibt es irgendwie nichts zu sehen. Vielleicht muss ich da irgendwo hinspringen. Also ich muss da auf jeden Fall runter. Ah. Guck dir das an. Schwingen. Klettern. Springen. Okay. Ich sehe halt nichts. Die Kameraführung ist halt schon ein bisschen doof. Ah. Okay. Jetzt. Also ich muss doch da hin. Ähm. Schwingen. Drehen. Also ich muss mich da irgendwie hinschwingen. So. Genau. Geh mal noch ein bisschen runter. Okay. Perfekt. Sehr schön. Also. Anheben. Und runter. Mann. Ich kann das ja auch erst mal hier loslassen. Dann ist es da unten. Genau. Hä? Wo ist meine Bier? Es ist weg. Na toll. Hätte mir auch jemand vorher sagen können. Lol. Oh. Komme ich da so rüber? Ich sehe nämlich so einen Küberstein. Ja. Ich komme da rüber. Tada. Neue Verbesserung verfügbar. Cool. Ähm. Ich muss hier Ausschau halten nach diesen Kübersteinen. Die sind echt nützlich. Da ist wieder einer. Aber wie komme ich da hoch? Muss da runter. Da da da. Runter mit dir. Drehen. Ja. So. Okay. Auf ein neues. Oh. Ich kann die auch einfach nur mitnehmen. So geht's auch. Ah ja. Warum nicht gleich so? Einstecken. Tada. Und hier gibt's einen weiteren Küberstein. Stadthaus ohne Strom. Sehr schön. Ich hab jetzt 10 von 1100. Ne, 11 hab ich jetzt. Cool. Ähm. Was gibt's als Upgrade hier? So. Ich kann... Das hier machen. Wieso sagt er mir 5 verfügbar? Ach so. Ich hab insgesamt 11 gefunden. Und 5 sind davon verfügbar, weil ich die anderen ja schon benutzt hab. Okay. Tada. So. Mehr Gesundheit kann ich beim nächsten Mal machen. Ich hab jetzt schnell bauen. Konter keys. Und sprint. Cool. Was sind denn das für Dinge nochmal? Gleiche Gegenstände zerstören. Zielort festlegen. Das mach ich jetzt noch. Da geh ich noch hin. So. Wo ist mein Zielort? Da. So weit ist das nicht weg. Cool. Was ist das? Ähm. Irgendwas, was ich zerstören kann. Hier oben ist auch noch ein Küberstein. Aber der ist jetzt momentan für mich unerreichbar. Und da ist auch noch ein Küberstein. Da oben. Genau. Da oben. Aber egal. Hol ich mir später. Ich mach jetzt erstmal diese Gegenstände hier kaputt. Okay. Da komm ich so nicht hoch. So. Ah. Diese Statuen. Stimmt. So. Ich geh erstmal zu dem anderen Ding. Sind sie eigentlich dicht hinter mir? Wo sind die? Da. Dankeschön. So. Äh. Zack. Kaputt. Yay. Drei von sechs. Und. Dann war hier noch einer. Genau. Wow. Ich kann nicht springen und Granate werfen gleichzeitig. Vier von sechs. Und. Da steht noch eine. Ich glaub, wenn die E aufleuchtet, kann ich einfach werfen und er schmeißt die Granate automatisch dorthin. So. Ah. Wo ist die letzte Statue? Die muss ja auch irgendwo sein. Ich kann ja mal einfach auf der Karte gucken. dass der nicht automatisch dahin geht zur Karte. Gibt's da keine Schnelltaste? So. Das ist hier. Alles klar. Also da hinten muss sie sein. Jump, jump. Hier irgendwo. Da. Gefunden. Noch nebenbei die ganzen Blumenkübel zerstören. Und. Jawohl. Mission erfüllt. Sabotage der Statue. Cool. Äh. Ich hab einen Stein bekommen dafür. Küberstein. Hier oben ist auch noch ein Stein. Da. Ich seh ihn blinken. Aber wie komm ich da hoch? Wie komm ich zu diesem Steinchen? Kann ich da vielleicht hochklettern? Nö. Natürlich nicht. Das wäre ja auch viel zu einfach gewesen. Ähm. Uff. Wie soll ich da bitte hochkommen? Wahrscheinlich hier irgendwo. Ah, da ist eine Tür. Hier. Kann ich da hinein? Ähm. Nö. Nicht so einfach zumindest. Warte mal. Diese Leitung. Die sieht höchst verdächtig aus. Ja. Ah. Was brauch ich hier? Ich brauch hier einen Charakter. Und welchen? Was ist das für einer? Ähm. Was ist das für eine? Astromechtroide. Na toll. Natürlich hab ich ja auch keinen von dem. Hm. Ja. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. So. Ähm. Hier gibt's doch mit Sicherheit eine Schnelltauschtaste oder irgendwas. Ich muss auf jeden Fall den Charger wieder nehmen. Den brauch ich hier. So. Ja. Dann kann ich das hier nicht holen. Im Moment. Gut. Nehme ich wieder Qui-Gon. Und gehe zurück. Zu meinem eigentlichen Ziel. Royale Rettung. Das ist meine eigentliche Mission. Royale Rettung. Die wollte ich eigentlich in dieser Folge machen. Aber ich war so beschäftigt mit Steinchen sammeln. Kübersteinchen sammeln, meine ich. Dass mir die Zeit ausgegangen ist. Okay. Bei der nächsten Folge geht da weiter. Und danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.